Vierte Seite von Schlechtwetterprognose Depression und ich möchte euch mal zeigen, dass ich mich hier auch künstlerisch verwirklicht habe. Das ist die stolze Kriegerin, die weint und die habe dafür passend gefunden. Jede Seite hat auch ein Bild und ich lese euch jetzt weiter vor, was die Zeitung anbelangt. Im Lokalteil ist der Fokus auf jeden örtlichen Schauer gerichtet. Man hier von Konkursen, Arbeitslosigkeit und Unfällen berichtet. Der Sportteil als allgemeine Auflockerungsphase zu betrachten ist, weil man bei dem Geschreibsel sonst noch ungewollt wird zum Pessimist. Doch spätestens beim Kulturteil wird mir wirklich schwer ums Herz, da dieser tief in die Täler gefallen und die Kunst wird zum Kommerz. Ach, wenn ich doch nur das Geld für dieses Schmierblatt gespart, dann hätte ich mir wenigstens meinen wolkenlosen Himmel befragt. Also da kommen schon Anklagen, ja, Anklagen aus meinem Herzen heraus. Kunst, Sport sind erfangen nur noch Dinge worden, die nicht zur Tüchtigung oder zum Ausdruck dienen, sondern sie sind Prestige, Gelder. Es geht um Gelder, es geht um Ego, es geht um Kommerz oder um Ablenkung von diesen schwierigen Sachen. Also es gibt ja Leute in meinem Umfeld, da geht's um Spielen bezüglich Sport, um Gelder, die sie da investieren. Von ihrem eigenen, durch ihre Energie erworbenes Geld schmeißen, schmeißen die da in sowas rein. Ich kenne Leute, die interessieren sich im Funken für Sport, schulen sich aber täglich darin eben über die Zeitung, damit sie am Stammtisch miteinander reden können und einen Gesprächsstoff haben. Und ja, und was den lokalen Teil anbelangt, ich finde es zutiefst beschämend für jemand. Nehmen wir mal an, er ist arbeitslos und er möchte Arbeit und er findet keine, weil er vielleicht in seinem Kopf glaubt, er ist nicht gut genug. Oder weil er sich vielleicht aus der Praxis herausbezogen und in die Generation meiner noch hinein, beziehungsweise vor mir sogar noch, um Kinder sich gekümmert haben. Und irgendwann ging dieser Abschnitt zu Ende und dann haben sie sich neu orientieren wollen und dann sind sie zu alt und bekommen keinen mehr. Oder auch Konkurse. Ich meine, wir haben eine Reihe von Konkursen die letzten Jahre hinnehmen müssen. Da gehen gute Betriebe kaputt, die aus ganz anderen Gründen Konkurs gingen, als wie ihre eigene Unfähigkeit. Egal, ob das Produkt, Handwerk oder sonstiges anbelangt. Ja, und dann sieht man auch noch, wie man an die Tafel hängt, in die Zeitung. Leute, es gab Menschen, die sind dann runtergesprungen irgendwo, weil sie das nicht ertragen konnten. Und wir sehen so was ununterbrochen, in der Zeitung, plattgedrückt für die Masse. Und ich frage jetzt jeden Einzelnen, wozu dient es, dass du das weißt? Glaub mir, wenn du diese Firma angerufen hättest, bei Zeiten, wo sie noch nicht im Konkurs war, dann wäre die wahrscheinlich noch nicht im Konkurs. Und wenn du sie jetzt anrufst und fragst und man sagt dir, nein, tut mir leid, wir sind leider geschlossen, wie immer, dann wirst du es auch wissen. Aber man muss es nicht in die Zeitung bringen. Also ich habe das nie verstanden. Und dieses an den Pranger stellen, ja, an den Pranger stellen. Und auch die Arbeitslosigkeit, habe ich damals geschrieben, das ist zum Beispiel nicht mehr zeitgemäß. Leute, das ist ein Buch von 2012, 2014, 2016 entstanden, quasi 2018 erst da rausgekommen, wo es Leute bekümmert hat, arbeitslos zu sein. Wirklich, ich höre selber noch zu dieser Generation. Ja, in der heutigen Zeit hat sich dieses Bild völlig gedreht. Ich kann es fast nicht mehr hören. Work Balance. Ja, finde ich voll in Ordnung, wenn du nicht angestellt bist. Finde ich auch völlig in Ordnung, wenn du das alles selber tragst, die Konsequenzen zwischen Work und Balance. und Freizeit. Absolut in Ordnung. Das macht ein Künstler immer schon. Das macht auch ein Unternehmer immer schon. Ein Selbstständiger. Und dann wird er eingefangen von der Wirtschaft, vom Kunde, vom Finanziellen. Und er kommt ganz schnell drauf, dass die Balance ein ganz haarscharfer Grad ist. Und es ist aber Freiheit. Freiheit im Sinne von, dass es ich bestimmen kann als Selbstständiger oder als Künstler und nicht jemand anderer. Aber wiederum trage ich unfassbar denn auch die Verantwortung für mich und mein Unternehmen, die Wirtschaft und die anderen, die zu mir kommen wollen und das haben wollen von mir, was ich anbiete. Es bedeutet Disziplin haben. Nicht von außen, sondern von innen. Und ich vergleiche das nicht mit jemandem, der das andere braucht. Gleichgültig. Der Arbeitnehmer braucht den Rahmen von außen. Der geht aber auch heim und seht, finish. Und seht, okay, Feierabend, Freizeit. Frau, Familie, Mann, Kinder. Keine Ahnung, was er sonst was er macht. Ihr wisst schon, was ich meine. Der kriegt am Monatsende auch diesen Gehalt, den er vereinbart hat. Und wenn er krank ist, wird er abgesichert sein. Er ist im Krankenstand und kriegt sein Geld weiter. Solange bis der Unternehmer sagt, das kann ich mir leisten oder das kann ich mir nicht mehr leisten. Und oft kann er es sich in der jetzigen Zeit nicht mehr leisten. Ja, und da gibt es also vieles, was nicht mehr zeitgemäß ist in dem Buch. Und dann an die Arbeitslosigkeit. Heutzutage fragen sich die Kinder ja für was noch? Die Jugendlichen. Also ich bin auch schwer erschüttert. Das sind genau diejenigen, die genau zur Puppertszeit oder zum Studiumzeit zwischen 20 und 24 waren. Also genau in dieser Wahnsinnszeit, wo es Lockdowns gegeben hat. So, und jetzt aber weiter zum Buch. Es geht um Depression und um künstlerische Interpretation im Ausdruck. Bis zum nächsten Video.